Aloha und weiter im Text mit Portal 2, Koop, immer noch mit Holly. Hallo. Hallo. So, und jetzt lösen wir es. Ach, wie famos. Gut. Ähm, da müsstest du mir aber jetzt den Gefallen tun, weil da oben reinzukommen ist. Aus dem Bild gehen? Ach so. Nein, nein, nein. Ähm, spring mal da rauf. Haha, okay. Hups. Ui. Ui. Upsala. Kannst du von dort drüben hier in diesen Strahl springen? In welchen? In den, ja. Und soll ich vielleicht hier Portale setzen? Nee, noch nicht. Noch, noch nicht. Aber sonst komm ich hier nie wieder an. Und deine sollen lieber nicht umgesetzt werden. Meine nicht umsetzen, aber spring mal da rein. Okay. Ach ja, ach ja, reinspringen. So, und jetzt? Upsala, okay. Dann, dann haben wir es. Dann haben wir es. Dann hätten wir es gar nicht so kompliziert machen müssen. Stimmt, und jetzt bin ich da drüben und was mach ich dann? Gar nichts. Du machst nichts. Du machst nichts, Kurt. Ich mach nichts. Du machst, du machst, Alter. Du machst nichts. Ach, da kommst du auch angeflogen. Ja. Kommt ein Sharon, eingeflogen. Da ist das nicht dieses Fog. Was ist jetzt passiert? Ach so, du hast es schon. Ich dachte schon, ah, ich dachte, ich wachse endlich. Ich dachte, die Fruchtzwecke wirken endlich. Mann. Yay. Wie gehst du denn ab? Wollt ihr mich damit ärgern? Ja. Ja, aber sowas von. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Und ab in die nächsten Schärme. Das war ein Pippi-Fass. Wer ist eigentlich gewesen, wenn man dich nicht so kompliziert gedacht hätte? Ja, ja. Wir denken voll kompliziert. Ja. Oh, Mann. Ha. Ja, ha, ha. Ich hab eben spontan was getrunken. Was? Ich trockne nicht aus. Erzähl mal. Ähm, die Blingsfarbe orange. Der erste von. Wie viele. Wie viele. So, gut. Schilder wieder checken. Du weißt es nicht. Ähm, du hast Surfer? Du hast eine Wellenbewegung. Surfer also. Okay. Habe ich nichts gegen. So, was ist jetzt hier los? Man kann sterben in Wasser, Strom. Ja. Okay, es reicht. Ah, was ist jetzt passiert? Ich hab gar nichts gemacht. Wow. So, was machen wir denn jetzt hier? Oh, du tun grad die Augen weh. Oh, weil du Zwiebeln schneidest. Ja, ich koch ja nebenbei. Ja, ich koch nebenbei, weil... Allein ist es viel zu... Also Portal 2 zu zocken ist nicht so anstrengend. Ich hab ne Idee. Ja, seht ihr? Starcraft, ich hab ne Idee. Warum denk ich da gerade dran, ey? Das ist dumm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber du lägst grad ein bisschen. Ich läge? Du lägst ein bisschen. Ja, aber ist ein bisschen eine Abwechslung. Hörst du dich jetzt an wie ein Roboter. Äh, ich... Äh, ich stelle dich mal bitte darauf. Okay. Obwohl, nein, nein, stopp! Okay, nein. Wow, das war knapp. Jetzt? Was passiert denn eigentlich? Jetzt, ja, bleib stehen. Wow, was ist das denn? Bleib stehen. Ich komm in die andere Richtung. Ah, das gibt's also auch. Wah! So. Okay, cool. Hi. Cool, 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 hey. So. Und wir müssen... Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal kurz beiseite. Wir müssen... Ne, ich will... Äh, ich will doch gar nichts zeigen. Was denn? Was ist da an der Wand? Gar nichts! Mann! Oh, ziemlich gerascht. Du bist verdummt und so, ey. Ey, nimm mal zurück, ey. Ey, boah, ey. So, hier haben wir katapult, ey. Wir können so springen und dann so rein und so. Und... Hä? Voll dumm, ey. So. Ist das die Sandra? Ja. Die Sandra und Dorge. Richtig, ups. Aha. Ja. Schwuppdi-duppdi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah, so, okay. La, 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 la. Wenn du mein Portal umsetzt, töd ich dich. Das ist Aledie schon selber. Mich töten. Orange, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob ihr dir vertraut. Ja, hab ich gehört. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Wie sie lügt. Ähm, ich mein, ja. Ja, ja, ja. Weißt du, und weil du das gerade gesagt hast, ne? Ja. Hast du gehört? Warte, ich mach mal, warte. Hast du die Faust geballt? Ich hör, was, ja. Ertrinkst du gerade? Ertrinkst du den? Hallo? Ich hab mir was zu trinken eingegossen. Ach so. Ja, ich hab, ich hab's aber. Hm. Was ist, was? Was ist der? Orange, möchtest du etwas sagen? Was ist los hier? Ich, 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 ja. Ich hab nichts gehört. Ne, ich hab echt nichts gehört. Ich hab nur Wasser gehört. Ich glaub, das hat gesagt, stimmt, Blue. Das ist mir an Orange bisher noch nie aufgefallen. Ach so. Oh. Oh. Und dann, Orange, möchtest du was sagen? Hahaha. So. Tu mir mal einen Gefallen und geh da rein. Ja. Okay. Na, wenn ich da reingehe, dann falle ich. Ja, stimmt ja. So, dann musst du da ein Portal setzen. Mhm. Und noch irgendwo anders. Und da. Perfekto. Perfekto, glaub ich. Ja, nur ich muss irgendwie rüberkommen. Ja. Ja. Guck mal, was du so siehst. Mhm. Da, la, la. Au. Au. Wir gucken mal, was ich so sehe. Meine Großmutter hab ich gesehen. Super. Aber wie cool. Gut. Ja. Soll ich nochmal versuch? Was? Ja, mach mal nochmal. Aber warum ist... Ich glaub, ich muss tiefer. Oh oh. Oh oh, ich muss mich beeilen. Komm schon schneller. Was machst du denn da? Moment, ich versuch mal schneller zu sein. Okay, geht nicht. Ähm... Von was wurde ich gerade erledigt? Von dem Ding über dir. Ich hab noch gar keine Portale gesetzt. Oh oh. Oh, ah. Ähm... Ich versteh's nicht. Entschuldige. Weißt du's grad? Ich versteh nicht, wie ich da irgendwie durch... Das bringt mich um, das Ding. So, mein Freund. Nicht mit mir. Nicht ein weiteres Mal. Warte mal, setz mal einfach da, dein blaues, dein dunkelblaues Portal. Okay. Jetzt flieg ich zu... Ah, haha. Ich muss kurz zurückfliegen. Und dein... Oh nein. Genau. Und dann... Ich komm so durcheinander mit diesen dämlichen Portalen. Oh man. Aber ich muss zurückfliegen. Nee, das ist auch Quatsch, was ich gerade erzählt hab. Nee, nee, ich flieg kurz zurück und wenn's wieder oben ist, dann flieg ich durch. Ähm... Das könnte klappen. Das könnte klappen, könnte klappen, könnte klappen. Doch, okay. Soll ich versuchen? Ja, mach, mach, mach. Nur sag mir, welche Portale ich setzen muss. Also ich hab jetzt da eins gesetzt und... Ja, und da oben musst du dann dein dunkelblaues setzen. Und wenn ich das... Wenn ich wieder vorwärts fliegen muss, da hin. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Oh, oh, okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber... Nee, der geht ja gar nicht runter. Der geht erst runter, wenn du... Es ist immer wieder lustig, mit anzusehen. Ich verstehe es nicht. Wie flieg ich wieder nach vorne? Komisch. Ähm... Ach, da musst du ja einsetzen. Stimmt ja. Also wenn ich nach vorne fliegen muss, musst du einsetzen. Also was ist mein Fehler? Verzeih. Ähm... Was war das denn jetzt gerade? Weil ich glaub... Hör auf da... Äh, hör auf da! Ähm... Ich glaub aber nicht, dass... So. Jetzt was? Ja, ja, ja. Nö, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ja? Ne, okay. Wir müssen zusammenarbeiten irgendwie. Ich glaub aber nicht, dass... Äh, dass das... Das Rätseln's Lösung ist. Ja, aber anders wüsste ich jetzt nicht. Das sind die einzigen Portale, die wir setzen können. Was anderes haben wir nicht. Ich muss vor und zurück. Ja. Okay. Mach. Okay. So. Äh, gut, dann flieg ich jetzt. Versuchen wir einfach mal. Mein Name ist Holly IP and welcome to Jackass. Din, 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 so. Ähm, dunkelblaues muss ich da oben setzen, ne? Wenn ich zurückkomme. Du hast noch gar keine Portale gesetzt. Was? Okay, wir machen... Wollen wir tauschen? Wir machen einen kleinen Wechsel. Ja, wir tauschen. Es ist irgendwie... Ich bin bereit. Okay, was soll ich tun? Portal? Ach ja. Und da oben eins. Ah, genau. Also nicht da, aber... Ja, da. So. Oh, der Tod ist noch so komisch, wenn man hier fliegt, ne? Ist echt komisch? Ja, so... Ich hab ne Idee. Ah, okay. Hehe. Jetzt musst du nur da deinen dunkelblaues setzen. Ne, gar nicht deinen hellblaues. Moment. Hellblau, da. Da kommst du gar nicht ran. Ich komm da nicht an. Ne, Moment. Hi. Ne, ich komm da nicht an. Oh, hey. Na? Hm, wie komm ich da jetzt an? Ähm... Vielleicht muss ich mitfliegen. Ich hab ne Idee. Ich weiß es, ich weiß es. Muss ich vielleicht mitfliegen? Ähm... Ah, ne, dann ist er... Ah, scheiße! Ah, ne, doch nicht. Nicht scheiße. Alles cool. Okay. Und das kann ich dir dann, glaube ich, sogar setzen. Gut, 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 gut. Dann setz es mal. Warte, warte. Ich... Noch, noch kann ich nichts setzen. Ich muss erst mal rüber. Ups. Okay. Warte. Also, ich fand ja meine Idee viel besser. Warte mal. Was kann ich denn da machen? Da ist ein Knopf. Oh Gott. Was kann ich denn mit dem? Hörst du das? Ja. Okay. Äh, nein, ich meine nicht. Was hörst du denn? Böse kleine Maschine. Ja, find ich auch. Klar, das. Okay, an... An das Ding komm ich nicht ran. Mhm. Das heißt? Aber ich komm... Ich komm... Ich komm ran. Du kommst ran, wenn du fliegst. Nee. Was? Geh mal rein. Okay. Okay, und was soll ich... Ich werde da sterben. Ich werde sterben. Nee, ich springe in das... In das seitliche da. Genau. Gut, gut. Bist du drin? Ja. Okay. Und jetzt da rein, ne? Ja. Wow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Äh, hallo. Meinte ich. Ja, ich geh auch immer Freunde besuchen. Und dann sag ich immer herzlich willkommen. Obwohl ich da Gast bin. Wo bist du denn? Keine Ahnung, ich wollte den Knopf drücken. Ich komme. Ja, herzlich willkommen. Blue, fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Oh nein. Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Montagestation erreichen. Hast du etwa etwas vom letzten Weihnachtsmoto erzählt? Dafür ersticke ich dich. Das geht ja nicht. Du atmest ja nicht. Bist ein Roboter. Sir. Ja. Und ab in den nächsten Chambers. Ich hab bloß von, von, von dem Teddybären mit der Mayonnaise erzählt. Mehr nicht. Teddybären, oh, oh. Oh, oh. Und vielleicht noch von der Kettensäge und dem. Das Witzige ist, ähm, von einer anderen Person ist Mayonnaise ein kleiner Insider. Tamara? Ja. Ah, ich find's so gut. Woher? Ach ja, das wurde ja in einer Custom Story, glaub ich, erwähnt. Ja. Ach so. Was? Ähm. Ja. Kekse. Wo, 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 wo. Hey, das ist nicht witzig. Gut. Hm. Ich muss auf jeden Fall fliegen. Du musst fliegen. Du musst fliegen? Warum musst du fliegen? Ich will auch mal fliegen. Okay, dann flieg. Kann ich nicht. Das wird immer komplizierter. Ich hab jetzt grad erst gelernt, Portale richtig zu setzen und hier kommt jetzt mit. Rückwärts fliegen wieder und was weiß ich und... Ah, ja, ich seh nur ein kleines... Oh, 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 oh. Hab ich das Problem gelöst? Nee. Nein. Aber kommst du an den Knopf da ran? Nee, darf nicht. Nein, aber hier ist noch so ein Sprungbrett, Dings, Bums. Und dann würde ich da... Moment. Dann kommst du da drüben wieder an. Also bringt das nicht viel. Aha. Ja, Problem ist einfach nur... Kannst da jetzt mal rein... Äh, nee, kannst du nicht. Doch, du kannst zurückspringen. Äh, ja. Hui. Buff. Und, genau. Okay. Das ist das Problem, das ich gerade gesehen habe. Achso, ich dachte, das wäre die Lösung. Nee. Okay. Hm. Ich kann ja auch rauf gehen, aber das bringt genauso wenig. Oh, 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 das sieht richtig aus. Pass auf, pass auf, pass auf. Das ist nicht richtig. Aha. Ho, 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 ho. Ja, jetzt kommst du zu mir. Nein, 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 nein. Hier zum Knopf. Achso, aha. Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich wusste, dass ich hier komme. Ah. Wow. Okay. Ich pat, pat, kurz meinen Kopf. So. Ja. Du kannst da oben auf jeden Fall da ein Portal setzen. Da oben. Setz mal da dein hellblaues. Mein hellblaues. Alles klar. Und dann müsstest du da mal rein? Fragezeichen? Ich weiß nicht. Was bringt denn dieser Knopf hier? Welcher Knopf? Ja, worauf ich stehe. Was hat denn der verursacht? Achso, okay. Das bringt nichts. Was macht dieser? Achso. Der macht da oben auf. Ah. Hier muss etwas stehen. Ah, hier steht doch... Ah. Guck mal, hier ist ein Zeichen für einen Kubus. Ja, wir brauchen einen Kubus. Ja, wir müssen wahrscheinlich da oben hin. Ist da ein Kubus? Da. Da müssen wir wahrscheinlich hin. Äh, da. Gut. Wie machen wir das? Oder so ähnlich. Ich weiß es. Ah! Ja. Achso, da... Ah, ich weiß es. Ich weiß es. Falls ihr mal nicht weiter wisst, knallt einfach mit dem Kopf gegen eine Wand, dann wisst ihr es. So, ins kleine Geheimtipp jetzt. Ah. Ist ja krass. Ich stehe auf den Knopf. Ja, das bringt jetzt nichts. Schön. Ja, hey. Ja, schön. Ähm. Hallo. Hallo. Tja. Ähm, was brachte das jetzt? Ich weiß es. Na komm, was macht die für Bewegung? Hä? Ich muss von hier oben Portale setzen können. Also ich kann da ein Portal setzen und da eins setzen. Beziehungsweise ich kann auch hier eins setzen. Aha, das sieht gut aus. Dann könnte ich meins nämlich... Ah, ist das gleiche Problem. Obwohl, nee, hast du nicht... Geh mal, geh mal rein. Okay, und wohin dann? Geh mal einfach rein. Okay. Wir brauchen da gar keinen Kubus. Einfach rein. Und jetzt fliege ich da oben hin. Das ist ein Wunder. Ist ja cool. Ich befürchte ich eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Ah, Karate. Vor allem was über Verrat, ja. Blinzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Nein. Wir sind jetzt bei 16,5 Minuten. 16,5 Minuten, ja. Dann machen wir gleich wieder einen Schnitt. Okay. Aua. Ah. Nur einen Videoschnitt. Nicht... Ich bin gerade mit meinem Finger hängen geblieben und der hat einmal ganz laut geknackt. Autsch. Hast du das nicht gehört? Doch, aber ich dachte, das wäre vielleicht... Keine Ahnung. Weil das war irgendwie am Mikrofon, was gerade irgendwie blöd war. Okay. Oh, letzter Test der Schadler-Strecke. Cool. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Yay. Ja, ja. Wird ja langsamer Zeit. Yay. Okay, dann machen wir im nächsten Part dann weiter, ne? Richtig. Okay. Bis dann. Tschüss. Oh, war es dann. Tschüss.